Sie sind hier, 20. November 2018, 19.37 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Leon Kratzer L, wechselt von Bamberg nach Frankfurt, Urheberrecht, Getty Images, die Fraport Skyliners reagieren auf die Verletzung von Jonas Wohlfahrt, Bottermann und holen in Leon Kratzer einen neuen Center aus Bamberg. Die Frankfurt Skyliners aus der Basketball-Bundesliga, BWL, haben Leon Kratzer vom früheren Serienkampion Brose Bamberg verpflichtet. Wie die Frankfurter am Dienstag mitteilten, erhält der 21 Jahre alte Center einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Wir benötigen nach der Verletzung von Jonas Wohlfahrt, Bottermann einen Big Mann, der uns in der Verteidigung eine physische Präsenz gibt, sagte Trainer Gordon Herbert. Jetzt die Sport1 App herunterladen, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017